Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim. Wir sprechen mit dem Anführer der Gefährten, wurden wir quasi dazu aufgefordert, dass wenn wir den beitreten wollen natürlich, dann müssen wir mit dem reden. Eine gute alte Kneipenschlägerei, ist mir immer willkommen. Ich würde ja gerne noch weiter zuschauen, aber ich muss mit jemandem mal reden. Dass ich da einfach in die Wohnquartiere reingehe und ich nicht verprügelt werde, ist auch nice. Wow. Jesus Christ, das war ein fetter Nachspawn. Na logisch. Willkast. Ich würde gerne den Gefährten beitreten. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Der hat auch so ein Tattoo wie ich, so ein ähnliches. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Dieter, ihr erweckt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Dude, what's the problem, man? Niemand des Meister Wilkers. Und so viel ich weiß, hatten wir in Yorvaskra ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Oh. Ich auch nicht von dir. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Das Klotz ist... Oh, Mann, ich muss echt aufhören, rechts zurückzutreten. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Ich komme schon klar. Das mag so sein. Wilkers hier wird euch prüfen. Uh, hell yeah. Bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Ja. Wow. Welche Laus ist hier denn über die Deva gelaufen? Oh fuck, ist da viel Geld in dem Geldbeutel wahrscheinlich. Ein D3 Herz. Lecker. Lecker. Wow, der sprintet ja richtig los, Alter. Na gut, okay, eigentlich nicht. So sprintet man, Boy. Boy. Worauf wartest du jetzt? Jetzt bin ich zu schnell gewesen, oder was? LOL, wenn ich vor dem bin, läuft er nicht mehr weiter? Ready? Damn. Nein, komm. Ich mache ihn fertig. Ich töte ihn einfach aus Versehen, dann haben wir das Problem nicht mehr, dass er so pissig ist. Kapper. So, ist die Frage, ob ich jetzt auch Magie einsetzen darf. Oder was der jetzt genau von mir will. Der Alter hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werde es verkraften. Was glaubt ihr, was glaubt ihr, wo ihr hier seid? Und sagt, nicht schlecht. Oh. Nächstes Mal mache ich es euch nicht so leicht. Prost. Wir können meine Waffe nicht ziehen. Oh. Gut gemacht. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich es euch nicht so leicht. Leia. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Ich habe ja auch noch nichts gemacht. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Erlund und lasst es bei ihm schärfen. Ah. Ich dachte, er schenkt es uns. Stimmt. Oh. What? Shots feiert. Gib Erlund Wilkers Schwert. Warum ist da jetzt ein Pfeil? Ach, der da oben zu dem. Ja, aber ich muss eh noch zum Schmied oder so. Weil wir haben ein paar Sachen gedroppt. Also ich habe ein paar doppelte Sachen. Ich habe zwei Schwerter, zwei Bögen und so. Das muss man alles noch verkaufen. Das geht am besten beim Schmied tatsächlich. Ich weiß es nicht. Der Schmied, zu dem wir jetzt gehen, bei dem kann man doch eigentlich nichts verkaufen. Hier. Da oben. Stimmt, da ist ja auch so ein Typ. Ja. Das ist eine geile Schmiede, Alter. Das ist mal... Wow. Das ist chillig. Wilkers hat mich mit seinem Schwert geschickt. Was sagt ihr wohl der Neue hier? Schickt... Ich führe nur aus, wo mich gebeten wurde. Mit dieser Einstellung würdet ihr es weit bringen. Wäret ihr ein spießiger Händler oder der Lakai eines Jarl. Hier bei uns müsst ihr lernen, euer eigenes Leben zu leben. Denkt daran. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Aber irgendjemand muss da die Führung übernehmen. Aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskamoor keine Anführer mehr. Kotlack ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Wow. Okay. Ich gehöre nicht zu den Gefährten. Aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eorlund Graumene. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsland. Ach was. Von ganz Tamriel. Ich muss gehen. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Oh. Was ist denn los? Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Na klar. Ich helfe euch gern. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Danke. Muss es nicht zweimal sagen. So. Jetzt müssen wir da nochmal rein oder was? Ich hätte gern mal ein Schild, die soll mir eine Waffe geben, Alter. Jetzt müssen wir schon wieder da runter. Über die Barrikaden. Oh. Ups. Ich wollte gerade schon sagen, Alter, wo zum Teufel ist der? Ich habe euren Schild. Sein Auge ist rippiger. Lass das bloß nicht Wilkaz hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkaz in einem echten Kampf aufnehmen? Ich halte nicht zum Vater rein. Ah, ein Mann der Tat. Hier, Farkaz zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkaz! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Why so mad, dude? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit! Haben die alle zugeschaut, oder was? Voll Gefarkaz zu deinem Quartier? Ich würde so nicht schlafen gehen. Eishirn und Arjela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistungen heraus. Eishirn. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Kann ich mir jetzt eigentlich die Sachen hier gratis nehmen? Naja. Hier sind die Quartiere. Bin anscheinend noch kein vollwertiges Mitglied. Oh, ich glaube, wir nehmen gleich mal einen Auftrag an, oder? Nehmen wir mal eins. Mit welchen Problemen muss ich rechnen? Nur ein Haufen kleiner Banditen. Feiglinge, bei denen ihr euch nicht anstrengen müsst. Hell yeah. Ich kümmere mich darum. Ausgezeichnet. Zeigt keine Gnade. Übrigens, wenn ihr noch eine Beschäftigung sucht. Ja, ja. Ich weiß. Mit dir oder Arjela reden. Tötet den Anführer von Redorans Zuflucht. Das klingt doch nach einem neuesten Aufschluss. Auftrag. Aber warum mit mir der Pfeil? Warte mal. Weltkarte L. Ups. Na, das wollte ich jetzt nicht machen. Geht jetzt nicht mehr weg. Rip. Entfernen. Genau. Ach, wie kann ich nicht so rumschauen? Ah, so. Okay. Ach, da ist es ja Leuch. Blindfisch, Alter. What the fuck? Na ja, genau. Hier kann man nicht schnell reisen. Na gut. Und dann gehen wir mal dahin. So reist man übrigens schnell einfach auf die Orte auf der Karte klicken und dann kann man da schnell hinreisen, damit man nicht den weiten Weg nochmal laufen muss. Weil die Map ist schon echt riesig in Skyrim, die Welt. Also was heißt riesig? Ich meine, sie ist überschaubar. Aber, ja, ist schon ganz schön groß. Also wenn man da einmal von einem ins Mann läuft, ist man schon mal gut 15, 20 Minuten mindestens unterwegs. Mit Sprinten und so. Ich bin jetzt einer von den großen Jungs. Von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr. Ah, Leute, die Läden. Aber jetzt ist es mitten in der Nacht. Jetzt müssten wir theoretisch warten. Warte mal. Stimmt, ich wollte ja noch verkaufen. Jetzt habe ich es beinahe vergessen. Danke, Ladescreen. So, hier rechts kann man ganz gut verkaufen. Und das ist jetzt wahrscheinlich zu spät. Genau. Das heißt, wir warten mal schnell 8 Stunden. Das ist, finde ich, ziemlich cool, die Funktion. Damit man dann eben die Läden besuchen kann. Zur Zeit, wenn sie auch offen haben. Ah, genau. Was habt ihr zu verkaufen? Die besten Waffen und Rüstungen. Ah, wir können uns mal anschauen, was ich zu verkaufen habe tatsächlich. Wie viel Gold haben wir? 338. Das ist nicht wirklich viel. Na gut. Das ist nicht wirklich so viel. Wir verkaufen den Eisenkriegshammer. Wir verkaufen die beiden Eisenschwerter. Einen Langbogen. Die schwere Rüstung. Die. Moment. Ja, ist genau das gleiche, ne? Ja, die ist sogar mehr wert. Wir verkaufen auf jeden Fall die. Einen Eisenschild. Die Handschuhe. Den Pelzschild. Den Bärenpelz kann man verkaufen. Den Wolfspelz kann man verkaufen. Die Eisenerz. Verkaufen wir auch. Eisenbarren heben wir auf. Jetzt haben wir 592 Goldbeins. Allerdings ist das ziemlich wenig Gold. Nur so als Randinfo. Das wissen die meisten wahrscheinlich eh. Später schwingt schneller als Äxte. Nice. Das kann ich nicht mehr lesen, den Tipp. So. Dann machen wir uns mal auf, auf und davon. Puh. Und töten den Anführer der Räuber in Redorans Zuflucht. Bei Tag sieht's auch geil aus, der Himmel. Ich find's, ich find bei Nacht dieses Wetter, also dieses Polarlicht mäßige, diese Farmen, und ich find das so geil gemacht. Weil sowas habe ich auch noch nie in Real Life gesehen. Da kann man zumindest nicht sagen, ja, kannst du ja auch im echten Leben sehen. Na, das kann man nicht im echten Leben sehen. Aber irgendwas zum Aufheben. Aber irgendwann mal nur irgendeine Blume, die wahrscheinlich nicht so wichtig ist. Oder, oh, vorne ist ein Lager der Riesen. Das sollten wir jetzt wahrscheinlich nicht angreifen, weil wir dafür viel zu schwach sind. Oh, das sind Hirsche. Das ist mal auch. Naja, gut, das ist mal nicht zu schwach dafür. Aber, äh, ja, würden wir wahrscheinlich nicht gehen mit einem Schuss. Soll ich entdeck's mal nur kurz? Die greifen einen zum Glück nicht an, die Riesen. Die sind friedlich. Außer wenn man sie halt angreift. Man könnte, oh! Man könnte trotzdem probieren, die Truhe aufzuschließen. Als für Experte. Oh. Wir haben 22 Dietriche. Ein bisschen kann man ja probieren. Schade. Aber da hat sich's ein bisschen gedreht. Oh, fuck. Oh, no! Okay, ist auf jeden Fall irgendwo hier. Na, schade. Oh, fuck. Ey, das gibt's nicht. Oh, oh mein Gott! Wie knapp! Wartet. Oh, god damn! Oh, ich hab's halt fast gehabt. Wir haben's. Nice. Weil ich nicht ganz verzettelt habe, aber 133. Diadem der geringen Magie wert 712. Nice. Nehmen wir den mit, Gewicht... Ja gut, wir haben hier fast gar keinen. Wir nehmen einfach alles mit. Und das Diadem können wir tragen. Bringt uns zwar nicht wirklich was. Weil wir... Ah! Ne, aber man meint... Ach, das ist ein... Ach, das ist ein Kopfteil. Stimmt. Hier liegt ein toter Seelitzantiger. Was ist da jetzt gerade so, als würden die mich angreifen. Da ist auch ein Mammut. Ja. Ähm. Das ist noch ein Mammut. Noch zwei Mammuts. Äh, ich hab vergessen, dass Diadem... Also es gibt ja Halsketten und Ringe zum Tragen. Aber ich dachte irgendwie, Diadem wäre auch sowas extra. Aber das ist... Nimmt den Slot dann vom... Vom Kopfteil weg. Das ist natürlich blöd. So. Was läuft da vorne rum? Sind das Füchse, oder? Was ist das für ein Typ? Wollen wir den mal ansprechen? Random Leute ansprechen kann manchmal gut sein. Manchmal verkaufen die irgendwas. Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azura, der Göttin der Dämmerung. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet... Wo finde ich diesen Schrein? In den Bergen. Im Nordosten. Ich markiere es auf eurer Karte. Ah, dankeschön. Dankeschön. Sehr freundlich. Ich hab doch gesagt, es bringt was mit Fremden zu reden. So einzelne Leute anquatschen, ist gar nicht mal so schlecht. Manchmal greifen sie ein zwar an, aber... Nicht immer. Das ist echt ein Fuchs. Oh! Oh, nur 5 Gold wert? Sorry, Fuchs. Das war es eigentlich nicht wert. I'm really sorry. So, ich hoffe, die Banditen sind nicht zu stark, weil wir sind ja erst Level 2. Aber das... Das stellt sich dann schon heraus. Ob wir die schaffen oder nicht. Wir sind... Ah, gut. Wir sind fast Level 3. Gucken wir mal. Oh, leer. Am Anfang auf jeden Fall fett looten. Na, mit Air kann man auch alles nehmen. Soll ich vielleicht öfter benutzen bei so vielen Sachen. Oh. Ah. Verdammt nochmal, Alter. Ich dachte mir schon, hey, als ob mich da jetzt so jemand so schnell gesehen hat, aber... Offensichtlich schon. Oh. Was war das? Goddamn. Äh... Mann, ich muss mich echt... ...wieder einspielen. Ah, ich dachte schon kurz... Ich muss mich echt wieder in die Steuerrunde wöhnen. Ach komm, die verbrennen wir einfach. Wah, wah, wah. Okay, das mit Magie ist schon cool, aber unser Aussehen, Alter. Wir brauchen unbedingt eine andere Rüstung. Wir sind so scheiße aus als Kaiserlicher. Hör, was? Keine Ahnung, wo der Angegner ist. Ist doch wahrscheinlich hinter der Wand da. Also hinter der Abzweigung. Oh, doch niemand hier, ne? Ne, gut, okay. Alles müssen wir echt nicht looten. Aber Nahrung nehme ich tatsächlich jetzt erstmal alles mit. Brauchen wir keine Zaubertränke, wenn es mal brenzlig wird. Oh, Gold. Nice. Noch eine Truhe zum Aufsperren. Tatsächlich level ich durch Schlossknacken, Schlösserknacken echt extrem meistens. Uh, hier sind auch ziemlich wertvolle Sachen drin gewesen. Die nehmen wir auch mal mit. Können wir alles verkaufen. Durch Schlösserknacken levelt man echt krass. Also ohne Scheiß. Zumindest wenn man es häufig macht und halt auch häufig Erfolg hat. Aber allein schon wenn man Dietrich erfällt, levelt man halt auch. Was halt echt... Eigentlich ist es voll komisch, aber... Oh, steh doch auf. Oh, oh, der Banditenanführer ist echt stark. Oh, oh. Ich brauche... Ich brauche Freiraum. Meine Magiker muss ich auffüllen. Ah, Moment. Kein Level-Up machen. Mitten im Kampf. Das ist Chilin. Wir erhöhen auf jeden Fall unsere Gesundheit. Dann sind wir wieder voll, glaube ich. Ja, perfekt. So, nehmen wir alles mit. Genau, das haben wir schon. Perfekt. Gut, war keine schwierige Mission. Das ist sehr gut. Das nehmen wir auch alles mit. Und dann müsste es dir wahrscheinlich noch eine Truhe geben. Wobei es gab ja schon eine Truhe. Vielleicht gibt es doch tatsächlich keine mehr. Waffe können wir wieder wegstecken. Schleichen verbessert. Na, ist... Was ist das Buch wert? Oh, das Buch ist 75. Wer das kann mitnehmen? Das ist nicht schlecht. Ah, nein. Nicht Bratspieß benutzen. Nein, ich will jetzt nichts kochen. Nein, danke. Ich will jetzt nichts kochen. Also eigentlich habe ich schon Hunger. Aber nicht in-game. Oh, eine Truhe. Habe ich doch gesagt. Jeder Dungeon hat immer eine Truhe. Oh, eine Schatzkarte. Oh, eine Schatzkarte. Und wir haben ganz schön viel Zauberersachen gefunden. Das ist auch nicht schlecht. Ah, das waren nur die... Knochen. Ähm, wir können mal kurz gucken. Objekte, Bücher, Schatzkarte. Okay. Irgendwas mit einer Mühle und dahinter ein Berghoch. Aber ist die Frage, welche Mühle? Ähm, und dann Bekleidung. Genau, wir haben ziemlich viel Magierzeug gefunden. Widerstands-Zauber kosten 12% weniger Magier... Äh, Magikar. Und Novizen-Robe der Beschwörung war es, glaube ich, oder? Na. Oh, das ist gut. Wiederherstellungs-Zauber kosten 15% weniger Magikar. Das ist heilen. Und warte mal, wie viel weniger hat der Helm? Was ist der? Ja, der hat nur eine Rüstung weniger, aber dafür kostet unsere Heilung. Haben wir zwar bis jetzt noch nicht benutzt, aber wartet. Das sieht dann so aus. Oh, so sieht das dann aus. Ähm, kostet weniger Magikar. Das heißt, wir können uns quasi länger heilen. Was schon ziemlich cool ist eigentlich. Das ist cool. Das ist ein cooler Helm. Sowas meinte ich halt. Sowas will ich denn ein komplettes Equip haben. Leichte Rüstung, damit man trotzdem noch was aushält. Aber trotzdem halt irgendwie Effekte für Zauber. Wenn wir halt so halb Zauber, halb Kämpfer spielen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombi. So, dann können wir jetzt schnell reisen zurück. Sonst müssen wir uns das nochmal laufen. Gehen wir vor die Drachenfeste. Und dann geben wir den Auftrag ab. Mal schauen, was die Belohnung ist. Hoffentlich 500 Gold oder so. Gierig, ich weiß. So, Freestyle Climbing. No, ich bin ins Wasser gefallen. Ach, diese fanatischen Priester. Ripp. So. Ich sag, wir kriegen um 50 Gold dafür, weil es eine Anfängerbedingung war. Ich habe mich um das Problem gekümmert. Ja. Oh, ich mag dich ja auch, Farkas. Und? Wieder einmal 100 Gold. Okay, ich habe mich geert. 100 Gold, nicht 50. Suche nach Arbeit. Was will er? Keine Ahnung. Er will nur mit euch reden, bevor ihr etwas anderes macht. Ich mache ihn nicht gern wütend, aber es gibt Arbeit für euch, wenn ihr wollt. Okay. Begonnen die Aufnaheprüfung. Ja, perfekt. Weil wenn wir Mitglied sind... Oh, wir können uns jetzt schon die ganzen Sachen hier nehmen, ohne dass es stehen ist. Was soll denn das? Oh, nice. Können wir ein bisschen Food mitnehmen? Dem das Essen vom Teller nehmen, Alter. Naja. Ich glaube, du hast keinen Hunger mehr. Oh, Gatebeutel. 10 Gold. Nice. Ja, wie gesagt, ich bin ein Looter. Sobald es nicht mehr stehen ist, nehme ich alles, was ich kriegen kann. Das hat einfach so rumgelegen. Muss euer Glückstag sein. War es wohl deins? Was, Bro? Wird mir stinken, wenn ich du wäre. Naja. Ich würde aber sagen, das war es für die Folge. Die Aufnaheprüfung machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.